Hi zusammen! Heute machen wir mal wieder ein Haarexperiment. Mich juckt es wieder mal gewaltig in den Fingern. Und zwar möchte ich back zum Ombre Hair. Nur ein bisschen krasser, würde ich sagen. Also nicht ganz so soft. Ich habe mir dafür schon diverses Material aus der Drogerie besorgt. Normalerweise würde ich das niemals selber machen. Also ich würde immer zum Friseur damit gehen. Aber das wäre ja total langweilig, wenn ich euch mit so einem Friseur nehme. Es ist doch viel spannender zu gucken, ob man das auch zu Hause hinkriegt. Ihr seht das Ausbringsmaterial. Ihr wisst, dass ich Ombre Hair hatte. Und das wurde mir dann diesem Kupferton gefärbt. Und ja, hier die Extensions kommen bald raus. Die sind schon so gut rausgewachsen, die kommen jetzt bald raus. Deswegen wage ich mich da jetzt auch dran mit Farbe, weil es jetzt eh nicht mehr wirklich drauf ankommt. Also die kommen eh bald ab. Also das hier alles wird dunkel getönt. Also ich habe mir eine Töne, eine Intensivtöne geholt und etwas zum Aufhellen der Spitzen. Die sind ja schon total hell. Um die geht es mir gar nicht, sondern natürlich so ab hier. Es geht so um den ganzen eher dunklen Rest. Ihr seht, das sind meine eigenen Haare. Da ist die Farbe auch schon gut raus. Und da sieht man es auch, dass ich schon Ombre hatte. Es geht also um diesen Bereich der Extensions, die ich aufhellen möchte. Und ja, das hier, das muss halt wieder dunkler. Es wird tricky. Ich habe mir aber Expertenrat geholt vorab. Ich habe also mit einer Frisurin darüber gesprochen. Ich weiß also schon, wie ich jetzt vorgehen muss. Also die Tönung und die Blondierung kommen gleichzeitig auf die Haare. Und das Helle in die Spitzen und die Tönung in die Längen. Weil, guckt, schaut euch das an. Also ich habe hier schon wieder voll den Ansatz. Und hier ist eben das Gefärbte und hier das Aufgehälte. Also das sieht einfach murks aus. Und so möchte man einfach nicht mehr rumlaufen. Und mit einer Tönung kann ich ruhig an die Extensions gehen. Nur mit Blondiermittel. Da muss man eben aufpassen. Außerdem habe ich mir extra eine Tönung geholt, die jetzt nicht auf so einer Ölbasis ist. Weil auch das greift die Bondings der Extensions an. Ja, dann geht es auch schon los. Ich zeige euch mal ganz kurz mein Material. Also, als Tönung habe ich mir ausgesucht das Casting Creme Gloss. In der Farbe Chocolat. Die sieht so aus. Also ein bisschen dunkler als das, was ich jetzt habe. Für dunkelblond und hellbraunes Haar. Also ich finde, das kommt doch hin. Also, meine Haare sind ja dunkelblond und irgendwie alles. Sucht euch was aus. Ich habe es auf dem Bob. Ja, ich bin natürlich in meinem feinsten Dress. Ich habe mein altes, olles T-Shirt von meinem Mann geborgt. Und für den absolut ultimativen Vorher-Nachher-Effekt habe ich mich auch extra nicht geschminkt. Und damit das nachher, egal wie gut die Farbe oder wie schlecht die Farbe auf ihr, ich sehe auf jeden Fall dann besser aus. Weil ich jetzt schon so arg mitgenommen aussehe. Gut, also das ist der Plan. Jetzt geht es los. Zum Auffällen habe ich mir übrigens das neue hier genommen. Dieses Präferenz, die Glam Lights. Weil ich das Bürstchen haben wollte. Das Bürstchen, das Profibürstchen zum Hineinkämmen. Ja. Also deswegen nehme ich das. Das zum Auffällen rühre ich mir wieder hier an. Finde ich irgendwie besser. Und ja, ich rühre jetzt alles an, ziehe mir Handschuhe über und dann geht es los. Ich habe mir aber schon bei Instagram von euch sagen lassen, also von euch, von diversen, von zwei, einer, einer war es, von einer Person, dass die relativ dunkel werden. Sie hatte zwar eine andere Cookie, irgendwas mit Cookie meine ich, und da wurde das fast schwarz. Vielleicht mache ich dann nur 15 Minuten. Ich denke, damit das nicht so arg dunkel wird. Weil gerade hier, wo das schon aufgehellt ist, da setzt sich die Farbe natürlich dann richtig gut ab. Ich bin auch noch unschlüssig, wie ich den Auffäller auftrage. Ab welcher Höhe. Denn wenn die Extensions bald rauskommen und ich setze die zu niedrig an und die Extensions kommen raus, kann es sein, dass der Umbeeffekt wieder weg ist. Also sollte ich den nicht zu, aber ich will den Auffäller. Ich orientiere mich so ein bisschen an dem, was ich schon habe, denke ich. Man sieht das ja gar nicht ganz gut. So bis hier hin, würde ich sagen. So Kinnhöhe. Das dunklere. Und dann das hier so aufhellen. Was meint ihr denn? Gucken wir mal. Also ich mische erst mal an. Ich mische mal an. So, ich habe gerade noch mal hier das hier überflogen von dem Auffäller. Der soll deutlich länger in den Haaren bleiben. Der soll nämlich 25 bis 45 Minuten, also das heißt, ich fange erst mit dem Auffäller an und dann die Tönung. Gleichzeitig geht es ja gar nicht. Nö. Dann mache ich das jetzt zuerst. So, alles angemischt und bereit zum Einsatz. Die Auffäller. Hat so eine Zahnpasta-artige Konsistenz. Und dann einfach rein damit. Ich zweckentfremde das Bürstchen jetzt einfach total. Soll man damit? Soll man sich ja eigentlich nur so Highlights ziehen. Keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie die Extensions, die ja schon farbbehandelt sind, auf das Zeug hier anschlagen. Ob das mal gut geht. Boah, das stinkt wie Pest, ey. Oh, das brennt in den Augen. Kein Tags. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alter Lachs, ey. Wat ein Smell. Mieser Smell. Mieser Chemiesmell. Aufheller Smell. Die meisten von euch, die mich jetzt schon ein paar Jahre gucken, werden sich fragen, wie kann es sein, dass diese Frau überhaupt noch Haare auf dem Kuppert hat. Und das frage ich mich allerdings auch. Oh, meine Augen tränen schon. Teufelszeug. Okay, ich bin ziemlich nah am Erstickungstod. Meine Augen tränen, ich kriege keine Luft. Aber es ist alles aufgetragen. Ich habe mich wirklich konzentriert. So viel wie möglich so eher in den Spitzen. Und dann, ne. Jetzt lasse ich das 20 Minuten einwirken und mache dann den restliche Tönung drauf. Und hoffe, dass ich einen halbwegs gescheiten Übergang hinkriege. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe aus, mache alles sauber. Dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder, wenn ich dann die Tönung auftrage. So, ich habe den Auffäller jetzt nicht 20, sondern 30 Minuten einwirken lassen. Weil ich glaube, dass das schon nötig ist. Und jetzt kommt die Intensivtönung dran. Also auf gehtet. Okay, über das Display funktioniert das nicht wirklich gut. Ich mache das hier über den Spiegel. Und ich zeige euch das gleich, wen ich das halbwegs aufgetragen habe. Sorry, aber ich kann das hier über das Display echt gar nicht. So, Ladies and Gentlemen. Ich habe jetzt die Tönung auch aufgetragen. Das wird jetzt spannend werden. Ich hoffe, dass das klappt, wie ich mir das vorstelle. über den ganzen Tönungssülz aus dem Gesicht. So, ich habe noch nicht mal die ganze Flasche gebraucht. So sieht es jetzt aus. Ich habe das versucht, auch nochmal hier zu verteilen, damit es halt nicht so blockmäßig aussieht. Und dann so einen schönen Übergang, dass es halt diesen Übergang kriegt, wie man sehen kann. Dann sieht es bis jetzt schon mal ganz gut aus, so nass. Jetzt muss die Tönung nochmal 10 Minütchen einwirken. Und dann wasche ich das alles aus und trockne das. Und dann seht ihr das Ergebnis gleich. Und ich bin echt so gespannt. So, fünf Stunden später. So, ich habe den ganzen Mist ausgewaschen und mir die Haare gemacht. So sieht es aus. Jetzt ist es aber schon mittlerweile 10 Uhr abends. Ich habe angefangen um 16 Uhr. Und ich, das Licht ist jetzt einfach mal richtig doof. Moment. Ja, hier ist es ein bisschen besser. Ja. Wie man sehen kann. Also ich habe die Haartönung, wie ich finde, ich glaube nicht lange genug drin gelassen. Weil ich einfach zu Angst hatte, es wird zu dunkel. So, dann hatte ich, habt ihr ja gesehen, ne. Ich hatte auch hier diese Strähne, diese Auffällecreme. Da habe ich mir ja hier so auch reingemacht. Das sah total beknackt aus. Also habe ich mir die Tönung anschließend nochmal hier drauf gegeben. So, jetzt finde ich aber den Übergang immer noch irgendwie viel zu unschön. Ich hatte aber keine Tönung mehr. Und dazu kommt, dass die dunkleren Strähnen von den Extensions, wie ihr seht das, die sind orange geworden. Das sieht auch mal richtig doof aus. Also, wenn man sich das so wegnimmt, wenn das orange nicht wäre, ne. So, wenn das orange nicht wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nochmal los in die Drogerie bei uns. Und habe mir die Tönung nochmal geholt. Weil die war einfach auch mal schon mal alle. Jetzt habe ich mir die zweimal nochmal geholt. Und gebe die jetzt nochmal. Ich finde nämlich, das sieht man nämlich hier auch, mein Ansatz ist immer noch zu sehen. Ich habe es nicht lange genug einwirken lassen. Also ich gebe es jetzt nochmal. Und diesmal auch mehr in die Längen. Deswegen, ich finde das nicht schön so abgehackt. Also ich gebe das nochmal auf die Längen. Und auch nochmal komplett auf dieses Orange. Diese orangenen Strähnchen. Damit das so ein bisschen, ja, damit vielleicht viel weniger, wenn das noch so vielleicht so die Spitzen hell sind. Aber das ist so schwierig, das hinzukriegen, dass es halt nicht so aussieht, ne. Dieses Abgehackte. Diese Übergänge zu kriegen, ist echt schwierig. Da muss ich echt gucken. Ein bisschen tricksen. Mit dem Pinsel irgendwie so rein streichen mehr. Oder so, keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall mache ich das Ganze nochmal. 10 Uhr abends. Schupi, ich habe ja auch schon nichts Besseres zu tun. Ja, jedenfalls. So sieht das Ergebnis aus. Beim ersten Durchgang. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so geil. Deswegen noch alles nochmal von vorne. So, der Morgen danach. Ich habe ohne Scheiß gestern bis 1 Uhr nachts noch rumgezaubert. Das hat so ewig gedauert. Und insgesamt habe ich drei Packungen von der Haartönung gebraucht. Ja, also so ist es geworden. Es ist toll geworden. Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat nur echt Arschlange gedauert. Und ich musste insgesamt, ja, zweimal tönen, damit meine Haare die Farbe annehmen. Und damit es auch gleichmäßig aussieht. Hier vorne wollte ich diesen Ombre-Effekt noch lassen. Ach ja. Sieht jetzt nur komisch aus, weil ich auf der Seite das vergessen habe. Okay. Ja, aber ansonsten, so in den Haarspitzen und so. Ich finde es richtig schön. Es ist nicht mehr orange. Und es ist ein schönes Blond geworden. Der Übergang ist auch nicht mehr so hart gewesen. Und ja, also ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Ich sage mal so, ein Friseur hätte das jetzt auch nicht besser hingekriegt. Ja, also Mutti ist jetzt schokobraun. Und ja, könnt mir ja mal einen Kommentar da lassen, wie euch das gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Lieben. Bis bald. Und tschüss. Tschüss. Oh. Haha. Tschüss.